Und schon geht es weiter. Hier können wir noch ein bisschen dran bauen. Damit ist unser Baumhausprojekt ja dann in dieser Aufnahmesession dann doch ziemlich gut vorangegangen, möchte ich jetzt mal so einfach behaupten. Hier war ja im Prinzip vorher ein Hauch von nichts und jetzt ist immerhin schon ein Hauch von etwas. Also kann mir keiner sagen, dass wir jetzt hier nicht vorangekommen wären und ich möchte auch keine Beschwerden haben, ja? Zumal ich gerade finde, dass das relativ gut aussieht, was ich mir hier gerade baue. Projekt Erdgeschoss der Baumwohnung so gut wie abgeschlossen. Jetzt einfach nur noch das überflüssige Laub hier aus der Wand rausklauben. Und das ist ja, wie ich das jetzt gerade sehe, gar nicht mal so wenig. Dann bekommen wir ja auch immer wieder ein bisschen dabei. was wir dann anderweitig wieder verbauen können und das hier nehmen wir einfach auch mal wieder raus und machen das einfach mal auf die konventionelle Art und Weise zu. Nämlich so, dass es von außen so richtig schön eckig aussieht und von innen auch. Gute Idee. Finde ich auch. Machen wir es so. Ähm, so. Dann müssen wir natürlich alles ein bisschen auf die gleiche Höhe bringen. Also, äh, drei Blöcke möchte ich hier schon tatsächlich haben. Da ist alles, was hier so rumhängt, äh, können wir uns jetzt mal wegnehmen. Spielt aber schön Klavier gerade. Ops, das war einer zu tief wieder mal. So, das muss auch wieder weg hier. Zack, zack. So, das haben wir angeglichen. Das ist jetzt alles so die gleiche Höhe. Das finde ich ganz gut. Jopp. Aber was mir so überhaupt gar nicht gefällt, auch wenn es jetzt mal echt mal geggig wäre, wäre dieser doppelte Stamm hier. Also, nee. Tut mir leid. Ähm, das, äh, gefällt mich nicht. Das will ich nicht. Da machen wir jetzt so. Machen wir einen Stamm aus. Ey. So. Was uns jetzt zu der Überlegung führt. Wie gestalten wir die Decke? Ähm, wir könnten jetzt natürlich ein bisschen von dem Holz hier nehmen und das zu Eichenholzbrettern verbarrikadieren. Testen wir das einfach mal. Sobald oder solange wir einen doppelten Boden haben, ist das alles kein Problem. Ansonsten muss ich das von unten irgendwie wieder abdecken. Ich glaube... Ich glaube tatsächlich, dass wir das so machen werden. Das heißt, wir nehmen die hier erstmal weg. Nee, die lassen wir dran, komm. Das gibt ein paar optische Hicklitz. Wobei... Nee, Moment mal. Ich habe eine Idee, wie wir das lösen können. So. Den Balken... Den legen wir einfach hier hin. Dann machen wir die Leiter da wieder dran. Das fällt beim Hochgehen im Prinzip gar nicht auf. Der Detekt so andersrum ist. Aber hier oben sieht man es dann gar nicht mehr. Diesen abgesicherten Baumstamm. Und deswegen nehmen wir jetzt wieder die Schere hier. Und schnippeln... Oh, wie schön. Wir schnippeln jetzt hier einen Weg lang. Okay. Nur bis dahin. Weil da endet das Ganze. Und das heißt, dann können wir uns jetzt hier ein bisschen schön... Ich bin so doof. Ich wollte mir doch jetzt hier eigentlich Holzbalken hinlegen. Haben wir keine mehr hier drin? Dann muss ich wohl gleich ein bisschen auf Jagd gehen. Und hier machen wir uns dann jetzt ganz normalen Eichenholzboden hin. Ich glaube... Ich glaube, das kann man so anbieten. Den natürlich wieder freilassen hier. Ups. Schade. Zu spät. Dann können wir immer noch gucken, wo wir dann nachher so ein paar Wände reinziehen wollen. Nee, aber ich glaube, da bin ich ein großer Fan von. Das machen wir jetzt so. Hm, okay. Ein bisschen können wir hier noch ziehen. Na, da müssen wir schon gehen. Also ein bisschen vernünftiger wohnen muss ja halt schon sein, ne? Ja, schade ums schöne Laub, aber... Es musste halt mal weg. Ja, kriegen wir den da hin, Jo, ne? Ja, genau. So. Töp, 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 töp. Der war natürlich wieder falsch. Oh, Ende mit dem Holz. Gut. Dann, äh, nehmen wir den falschen mal einfach wieder raus. So. Und, äh, flatschen den mal einfach da hin. So. Das heißt, wir lassen das jetzt einfach mal so weit, äh, so gut und gehen dann jetzt erstmal nach Hause. Es ist ja wieder Tag. Da brauchen sie ja keine Sorgen mehr machen. Und vor allem können wir dann mal gucken, wie es denn jetzt gerade aussieht. Und gerade unten noch ein bisschen so ein Laub, ein bisschen Laub aufsammeln. Oh, wobei so viel ist gar nicht runtergefallen, stell ich fest. Es geht. Okay. Wer grinst mich denn da hinten so frech an? Um einklopfen, hm? Da wollte er doch, äh, fast noch platzen auf den letzten Meter. Jo. Und bevor wir uns jetzt wieder verfriemeln, folge ich jetzt einfach mal dem Weg. Wo wir jetzt gerade dabei sind, werden wir dann jetzt hier auch noch ein paar Fackeln verteilen. Wir haben ja jetzt gerade ein paar hier, ne? Also, warte mal, das sieht doch scheiße aus, ja. Äh, nochmal direkt an den Baum. Kann auch keiner meckern. Da an dem Baum und da an dem Baum und da auf dem Boden. Da an dem Baum. Ne, das sieht ja auch schön doof aus, was ich hier gebaut hab. So ist besser, hm? Würde ich zumindest sagen, dass das so besser ist. Boah. Hier noch eine hin und da noch eine hin und da noch eine hin. Ne, die ist doof da. So. Hm, 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 hm. Mal ein bisschen in Form bringen, das ganze Bäumchen. Ja. Und ab nach Hause. Können wir nicht mal gucken, ob die Schweine machen? Äh, die Schweine, die Kühe. Und das, hm, das ist auch gut. Da können wir auch direkt wieder für Nachwuchs bei den jungen, wilden Sorgen. Und erst mal ein bisschen nachsehen von dem Baum. Na gut, allzu viel nicht. Also zweimal. Oh ja. Besser zweimal als keinmal. Und die Schweine nehmen wir zwar das Weizen und machen. Ihr dürft euch alle lieb haben. Gruppenkuscheln. So. Neue Schere könnten wir uns dann eigentlich auch fabrizieren. Aber erst mal kurz gucken, was wir denn so, äh, insgesamt noch, ähm, ach, guck an. Schere hätte ich gar nicht machen müssen, weil wir haben ja da genug. Ähm, Erde brauchen wir nicht, Glas brauchen wir als recht nicht, aber die Eichenholzbretter kann man mitnehmen. Mhm. Mhm. Und das Eichenholz. Mhm. Genau so werden wir's machen. Gut. Dann gucken wir noch mal kurz nach den Hühnern, was die so da feiern. Vielleicht gibt's da ja was Neues. Ach ja. Eine kleine Eierparade. Und ja, wirf mir das letzte auch noch hinterher. Ihr seid einfach so großherzig zu mir. Das ist doch... Ich werd ganz schwach. Du, 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 du. Du, du, du. Wie werd denn mal mit befruchteten Eier? Eierköpfe? So. Die Maschine die Tür zu schließen. Das ist ein Durchzug. Kennt man ja. Knallen Fenstern und Türen. Das mögen wir nicht. Und deswegen gehen wir jetzt nicht nach Hause, sondern ins Bett. Weil es wird grad dunkel. Außer haben wir schon lange nicht mehr geschlafen. Und dann ist das richtig... Und wir werden da die Tür offen gelassen. Stinkt. Sei einfach mal bis morgen. So. 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 So.